moin moin da draußen liebe zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rocket league heute mal nicht mit dem inox wer mag es glauben heute ist dabei der gute flush draw bekannt aus film und fernsehen und jagt uns ja sehr cool wir spielen die erste runde basketball und also körbe und die zweite runde dann wieder rankt wenn man sehr gespannt ja stimmt wir haben beide die taube wir haben beide hinten drauf die zurück vom gold simulator wir haben da waren sie debr literal pettel ify test gut möglich mandat desoking ist ja das ist ja wäre irgendwie episode ei zwar der kriegt und było oder ich weiß nicht ja der schreibt auf den fall schon die ganzestation danken Nice. Oh, ich dachte, er geht rein. Ja, und ich dachte, ich kriege den hoch. Ich glaube, ich habe ihn nicht hochgegriffen, Flasch. Na, so war das aber auch. Muss man dir nachhelfen. Ja, natürlich. Ach, komm vorbei, hier, helf mir ein bisschen. Truff auf den Ball. Immer truff auf die Kamelle. Tu doch was. Kommt er mit seinem Arsch dagegen. Oh, shit. Why? Ja, ja, kriege ich nicht. Geh rein. Oh, der Klaus. Nein, das war... Der wäre sonst nicht reingegangen. Wo wäre der nicht reingegangen? Der wäre nicht niemals. Guck mal, der wäre nie. Der wäre hier... Ja, guck mal, der will nicht rein. Der wäre direkt an dem Ring und so. Das war schon gut, dass ich es gemacht habe. Liebe Zuschauer, schreibt es in die Kommentare. Das war genau richtig, dass ich es gemacht habe. Im Übrigen, der andere ist schon wieder rausgegangen. Jetzt aber im neuen. Jetzt habe ich den Torschuss bekommen. Okay, wow. Le Flush. Wat ein Pass. Ja. Was habe ich Tempo gegen Stoß habe ich bekommen gerade in der Errungenschaft? Wow, wie viel kein Mal? 53, ja, ist schon Tempo. Das ist schon Terror. Wo kann man das eigentlich einstellen? Bei mir ist es ein MPA. Malz per hour? Ja. Ich glaube, ich habe es einfach auf irgendwo entweder im Menü mal direkt gemacht oder wow, leck. Danke. Aber ich glaube einfach... Ja, weiß ich nicht. Schreibt es mal eine Flasche in die Kommentare, wo man das einstellen kann. Der Typ steht auch in der Ecke rum, oder? Naja, der kuschelt an der Wand. Oh. Oh, komm schon. Du bist so groß gewachsen, hättest du reinmachen können. Ich habe keine Fruchtzweige gegessen. Ich fahre mal rückwärts. 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 Ja, nice. Ah, ich hätte den auch noch bekommen. Ich habe den auch noch rückwärts die Wand hochgespielt. Guck mal, rückwärts gefahren. Ja, manchmal ist der Arsch nicht verkehrt voll. Aber er hat den auch noch getroffen. Ja. Guck mal, wie viele da rein und raus gehen die ganze Zeit, Mann. Wir sind einfach, wir zerstören einfach, Mann. In the air, Mann. Love it in the air. Und der Flash auch schwer. La 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 la. Action. Wie ich den gebockt habe. Oh. Ey, neue Kameraeinstellungen, daran muss ich mich ja immer gewöhnen. Hast du Field of You geändert oder hast du das gemacht? Ich habe alles geändert. Okay. Ach so, auch nach dem Tutorial, wie du es geguckt hast, das wahrscheinliche? Äh, ja. Dachte ich mir. Und ich habe herausgefunden, weil ich habe die ganze Zeit in 60 FPS gespielt. Ah ja, du kannst 1 nach 1 nach rechts und dann das FS Open, ne, genau. Ja, das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden. Lass es eine Woche gewesen sein. War bei mir genau so. Ich freue mich an den Kameraeinstellungen, bei den Grafikeinstellungen, nennt man so hoch. Wobei ich jetzt auch wieder genau in 60 FPS aufnehme, aber das ist auch ganz okay, so für YouTube. Und der gibt es ja da nicht. Ich meine, ich war auf 250 hoch, aber da fängt die Grafikkarte an zu brummen. Ja, geil. Ziemlich laut auch noch. Ah ja, okay. Na dann. Okay, 150 reichen auch. Aber eigentlich ist es doch nur der Lüfter, oder, bei der Karte? Ja, ja, nur der Lüfter. Aber der macht halt Alarm, ne. Ist ja klar, wenn die Hitze kommt. Und es ist auch noch Winter eigentlich, das ist schon nicht optimal, ey. Und das höre ich halt auch noch die ganze Zeit. Ja, okay. Ist ein bisschen nervig. Ja, kann ich verstehen. Oh, der ist so beigeflogen. Ja, ich dachte, er kriegt den. Ich wollte den blocken. Ich wollte den reinblocken. Ja, der war, ja, der war die schlechte. Und jetzt. Uh. Ne, da kommt er jetzt. Uh. Ja, das war, na ja. Sehe ich, sehe ich. Das ist wie auf dem Gleis, wenn der Zug kommt. Hammerphysic Engine hier auf jeden Fall. Der Realismus pur. Oh Gott, ich bin schon wieder vorbeigefugt. Ich bin so, durch diesen Doppelsprung am Anfang, finde ich manchmal auch viel zu hoch. Ja. Ups. Da muss man den Boostern am Anfang irgendwie koordinieren, weil sonst hebst du echt ab. Und auch noch mit einem Affentempo. Guck mal, jetzt vorbei ist. Boom. Ich wollte den zerstören. Ah, dachte ich auch, dass das machst. Deswegen habe ich den Boom gesagt. Ja, aber der ist dann nach rechts gegangen. Der hat es kommen sehen. Na, jetzt hat er nicht erwischt, der Arsch. Der X-Profi. Er wollte dann wie die Wand lenken, wurde von diesem Kumpel gleich mal dabei gestört. Schöne Ding. Ich habe aber kein Goal hier. Ja, irgendwie nicht, ne? Oh, der Ring. Ne, der X-Profi hat ihn rausgeholt. Ja, ich bin aber gegen ihn reingebrallt. Du alter Ringpreller, du. Hallo Flash. Hi. Hi, X-Profi. Am Arsch. Kein Boos, Mann. Der sterbische Wahl, Mann. Oh, der kommt, der kommt mies. Aber, sind halt nur mich. Ja, wobei ich denke, dieser X-Profi kann es schon ein bisschen, aber will nicht so recht. Ja, nice. Der Flutsch, Cookie. Ah, da braucht der es. Ja, der war schon, der war gut vorgelegt von mir. Ja, ja. Nix anderes. Du musst dir nur noch pflücken. Hast du noch kommen gesehen. Ja, sehr gut. Endlich sieht du mal was. Ja, sogar. Mit Brille. Ich habe sie mal geputzt. Ah, nice Flash. Danke. War eine Vorlage für dich. Ja, logo. Das war einfach nur so ein Täuschungsmanöver, ne? Ja, hast du gut gemacht. Ich bin sehr begeistert. Können wir so weitermachen. Ja. Alles Taktik, Mann. Also, sind schon wieder ein neuer, ne? Ja, ja, sind bestimmt schon sechs Leute rein und raus hier. Nice. Oh, da. Der war zu schnell. Ich glaube, Tast ist ein Bot, oder? Macht überhaupt was? Ja, ja, der ist ein Bot. Die, die. Gerade Zerstörung vom Team. Aber, gewaltige. Was bist du denn? 41 Out-Berührung hast du? Ich habe Ausnahmetalent, fünf Tore. Ah, logisch. Das werde ich wahrscheinlich in Teele schreiben. Ausnahmetalent. So. Dann mal ab ins Menü. Ein kleines Ranked Match noch hinterher. Ja, die Tauben zerstören einfach, Mann. Ja, ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren einen Crew-Namen geben. Wegen den Tauben und den Ziegen. Ich finde also, diese Augen sind schon echt so fucking crazy. Wie wir nur näher gucken, ey. Ist schon schön. Die gucken sogar in alle Richtungen. Unsere beiden. Die sind synchron. Voll nice, Mann. 22 Random Letters. Okay, auch schöner Name. Gegen und DNVY. Keine Ahnung. Viel Spaß. Good luck, wir wollen. Good shop von den Typen. Ja, nice. GG. Die Tauben-Affäre. Ich wollte eigentlich angeflogen kommen, aber dann habe ich gesehen, dabei kommt wieder Tiefnamm. Ja. Ja, aber doch super. Richtig gute Stellungsspiel. 1 zu 0 für uns. Ranked Match. Läuft. Das liegt an den Tauben, ich sag's dir. Ja, auf jeden Fall. Na, bin vorbeigeflogen. Shit. Wenn es nicht die Tauben sind, ist es der Goat. Ich habe sie einfach nur beide weggekickt. Oh, jetzt hat der mich ja gekickt, so ein Arsch, ey. So ein Arsch. Not with me. Ja, alles gut. Jetzt blockt er mich. Nein. Le Taube, le Taube. Okay, Flasch. Flasch regelt. Nö. Ja, dann muss ich halt nur wieder ran. Der Typ rammt einfach nur. Ja, 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 machen sie doch meistens. Das ist alles gut. Easy, easy. Nö. Uuuuh. Ja, lassen wir mal. Und komm mit dir. Vorstellen. Alter, ich. Gebt mir so auf den Keks. Komm mir jetzt. Nicht dich. Ah, zu weit. Hinterbei. Da ist er. Welchen willst du nur machen? Denn wie. Okay. Ist nur am Ramm. Ich habe keinen Bus. Nein, macht ja nichts. Alles im Griff. Ich bin mal rechts hinter dir ein Stück. Komm jetzt in die Mitte. Ja, komm in die Mitte. Nee, kommt nicht mehr. Ja. Ich habe mich leicht verschätzt. Ja, ja, alles gut. Flippern wir mal zurück. Ja, schön. Ist der noch? Ach, ich wollte den Rückwärtsgang. Ah, Mist. Haben wir nicht weiter vorgekriegt. Na schön. Ich fahr nochmal hin. Na war eine Zeit. Boi, easy. Kein Mitch da. Ja, würde ich gerade sagen. Fahr dumm drauf. Hab boost, alles gut. Oh, falsche Richtung. Obst, hat es mich weggerät. Obst, geht rüber, sorry. Hab kein Bus mehr. Ja, ja. Ah, Mist. Ah, Mist. Bei mir, aber ich habe ihn geblockt. Fährst du drauf? Ja. Alles gut soweit. Den kriege ich. Ja, nicht ganz. Bisschen zu spät abgesprungen. Ich muss die bei den Rank Matches immer höher in der Luft schon annehmen. Ich warte immer so, man wartet immer gerne bis sie runtergehen. Ich fliege ran, fliege ran, fliege ran. Oh, es ist nice. Oh, shit. Den habe ich nicht kommen sehen, Tick, Mann. Nullboost. Ich komme nicht hin. Ja, alles gut. Bin da. Oh, no. Ah, doch noch gerade bestellt. Ja, ich habe ihn, habe ihn damit alles gut. No. Ja, aber da geht doch nicht ran, Mann. Nein. Likertor kriegen. Okay. Na ja, nur. Lass ihn nicht rum. Ich verteidige ohne Boost. Okay. Darf ich den Boost haben? Nein. Ah, na, what the fuck, Alter. Why? Ich wollte den Boost haben. Ja, aber warum denn, Mann? Ist alles hier. Wenn ich immer noch ohne Fahrt. Ja, dann geh auf die andere Seite. Ja, halt mal. Ich verteidige. Mach halt nichts. Hast du jetzt Boost, fühlst du dich jetzt besser? Ja. Ja, sehr gut. Ach, was ist da vorne los hier? Was ist das hier? Ich sehe eine Flasche und einen Ball, die sich nicht bewegen. Was ist da los? Ich verhasse den, Alter. Ja, schade. Guck mal, jetzt, jetzt ist er mad. Jetzt will er mich nur noch rauf machen. Hab ich. Nice. Kommt hart in die Mitte. Nice. Nice. Schöner Pass. Schöner Botz. Ich hab den Danvi halt nur verhascht am Ball. Und dann kam er wieder zurück und dann hab ich ihn da einfach nur weggerannt. Hat er verdient. Oder, liebe Zuschauer, hat er verdient. Danvi. Bo, Danvi. Bo. Geh doch nach Hause. Du altes Scheiße. Alles nur, weil er keine Taube auf dem Dach hat. Ja, man. Kein Tauben, Bruder. Ja, schön. Schön nochmal abgelenkt. Einem lauer Ring. Ja, die hab ich mal geübt. Ähm, Singleplayer. Trickshot. Ähm, wenn die so stark zurückkommen, dass man die gleich so zack schräg rüber lenkt. Weil der ist schon... Das ist ein mieser Winkel, ne? Aber da... Muss man auch. Das ist so ein Gefühlsding. Oh, oh. Gefühlsding aufgegeben. Ja, Flasch. Ich würde sagen, denunziert. Wir haben den Gegner denunziert öffentlich. Danke auf jeden Fall fürs Mitspielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge Rocket League. Ciao, Leute. Bye, bye. Bye, bye.